In der Tübinger Mensa-U-Landstraße ging es am Dienstagabend sportlich zu. Denn dort zeichnete die Unistadt Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge im Jahr 2022 aus. Geehrt wurden unter anderem 19 deutsche Meister sowie Athleten, die bei Welt- und Europameisterschaften erfolgreich waren. Außerdem gab es Auszeichnungen für ehrenamtliche Mitarbeiter verschiedener Vereine. Die Medaillen, Urkunden und Preise haben Oberbürgermeister Boris Palmer und Bürgermeisterin Daniela Harsch übergeben. Insgesamt zeichnete die Stadt 93 Personen aus.